Huch also dann schwimm ich jetzt mal sind die Haie weg dann schwimm ich schnell rüber und bring das wieder weg äh kommt Vater wieder nein äh nehmen die restlichen auf boah das reicht jetzt mal äh ne das reicht für einen dann äh plötzlich gucken okay bababam bababab 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 das dauert immer wieder so extrem lange ah schade ich dachte es gibt so eine taste wie bei ww wo man wo der charakter automatisch läuft ich wollte gerade was denken und das war mein zeichen schneller zu schwimmen weil wir sind auf dem offenen meer sieht es aber aus ich hätte musik ich hätte bei mir ganz leise scheiße ok 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 also jetzt als weiter die attackieren die an sich ohne ein bitte nicht ohne ein bitte nicht ohne ein bitte nicht ich hab's gewagt ich lass meine finger von der tastatur weg einfach nur auf durch gedrückt nachkommen glaub einfach auf bitte ich schlafe gleich ein komm ich will schneller fahren ich will jetzt schnell wenn ich nicht neun um und irgendjemand bitte kommt von den herrschaften ach die da na 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 Lernan Lala 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 die Külpüche ich hab wieder Hunger ich hab wieder dort Nöbel Nöbel jetzt nicht wirklich oder das ist doch wieder klar ich pass raus und wo meine Insel ist direkt vor mir scheiß Regen ja ich spiel ich hab dich ich hab dich bezwungen komm so machen ja ich hab's geschafft darf ich euch mal eine Kleinigkeit sagen das ist nicht unsere Insel das ist ganz ganz gewaltig nicht unsere Insel scheiß aber hey hier ist ein Schiff ja scheiße okay jetzt haben wir einen kleinen ein mittelschweres Problem wir haben direkt gegenüber unserer Insel so genug Bäume erstmal sammeln wieder ein oh guck dir den halt alter so Bäume auf jeden Fall genug so so guck was es hier so gibt's cool 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 gibt's hier sonst gibt's hier sonst was komm muss dann doch noch irgend was gehen ja vielleicht na komm dann ich bin geht nicht mehr geht nicht mehr geht nicht mehr da guck mal kurz na guck mal kurz guck mal kurz na guck mal kurz und gern im Wasser sein wenn Haiebeine peinlich sind danke danke jetzt stell dich doch mal nicht so an das wirst du mal jetzt einfach auf die anfangste Methode ach fast alter ich küsse gleich ne mittleren herzkasper komm schon ich versuche was zu erkennen ach ein ferngas so dann packe ich das mal zu den hier ich nochmal die die umgebung abzusuchen aber das freut mich dass wir jetzt die jerrycane haben wo wir jetzt unsere da wahrscheinlich mal hier die nahrung mach ich mal mach ich mal hier hin steckt's ich bin jetzt komplett für den arsch weil wir alles schon vorbereitet und unser hinterlichen und dieser scheiß regen so den baum hält sich später ab so dass wir hier kurz noch wieder ein stick gefunden stick so also hier finden wir ja sticks und geht nicht mehr so wir sind einmal um die insel gepresst und haben ein stick gefunden immer nur sticks dann gehe ich mal zum frackhalten eigentlich sollte man ja nicht beim miesen wetter ins Meer gehen aber hier geht es ne ich sehe auch so gut wie gar nichts da gehe ich mal wieder schnell rein bevor irgendein Drecksflieg kommt ja ich dachte komm schon ey kann mal dieser 28 bit regen aufhören so 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 hier wäre es am besten für unsere hütte so genau genau so dann ich wollte es ja mal äh gemütlich haben ähm alter ja so ja ich wollte es ja mal ja ja so kann ich mal machen das ist das hoffnungsdorf so äh 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 jetzt hört es plötzlich auf ne deck mich doch so so dann brauche ich noch schnell hier auf gut ja du pack dich mal kurz durch so so halt's mal so dann pack ich mal die ganzen utensilien mal hier so hier 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 hin hier hin so so äh juckend hier ich verlagere das bisschen mal nach hinten die fette krabbeln nehmen wir mal auch das geht auch dahin so mhm so mhm so hoch nach dem baum das dauert auch höchstens ne minute so klar 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 gut na komm na komm jetzt komm mal hin hier 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 nach einer zeit können wir uns auch wenn wir die richtigen ressourcen finden können das auch unterfluss Prozent und Matisse sie Bautum mehr durch ich habe heute zu viel schon geredet dass sie die deutsche Sprache bisschen schwer kommentiert ja perfekt so so Nahrung kommt wo noch mal Nahrung 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 so sich das nochmal dann möchte ich mal eine kleine Aufnahmepause m m so ja ja wohl so ich denke ich mache ich mal vier mal vier so hier ja so vier mal vier foundation dürfte eigentlich machbar sein passt das auf vom platz her äh so äh so äh das ist nein hör auf so du machst das denke ich mal Nahrung 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 auch t z hat von der Folge werden stehen in der nächsten Folge von strength die den wir sehen es dann tschüss bis da BAM!